Herzlich Willkommen in meinem Video. Heute geht es zu Zwerbelnwald und einem Wasserfall. Ich befinde mich in Österreich, Obergoogel. Parkplätze in Obergoogel sind im Zentrum. Zu dem Zwerbelwald und zu dem Wasserfall führt ein Weg. Der Weg geht übers Ortszentrum, vom Parkplatz im Ortszentrum und es führt zu dem Zwerbelwald. Es ist, ich glaube, ein oder zwei Kilometer Sonst gibt es keine Möglichkeit im Obergoogel zu parken. Obergoogel liegt im Ötztal in Tirol. Obergoogel ist eine sehr schöne Gegend mit hohen Bergen. Die Gegend liegt ca. 1900 Meter über dem See. Obergoogel ist eine sehr gute Idee. Obergoogel ist eine sehr gute Idee. Um herzlichen Wiedernwald zu gehen. gleich am anfang des weges kann man hier abbiegen zum klettersteig zur färbelwand berresteig zur färbelwand Das war mein Video zum Anfang der Strecke zum Zwerbelwald und den Wasserfällen. Wenn ihr Lust auf mehr habt, bitte besucht unbedingt Obergürgel in Österreich. Die Ausblicke sind phänomenal. Die Strecke des Zwerbelwaldes führt dann weiter und es wird bestimmt eine super Erfahrung sein. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert meinen Kanal. Tschüss!